Er hat mir einfach weggetreten. Infiltrate enemy lines. Oh nein, er hat daneben, komm ich renne rein da. Ah, er hat mich doch getroffen. Das ist so geil. Schön, dass immer noch Leute mit Knacks zocken. Hey du, boop. Hey, nochmal spring die runter, wenn ich hier direkt neben die laufe. Los, geh runter. Geh runter. Ja, perfekt, Ausweichschuss, gut ausgewischen. Einfach runtergefallen, du Typ. Ich bin Heiler by the way, sieben Kills, null Tode, what the fuck, siebenmal geklaut. Weil die Healer machen verdammt guten Job so. Geht's auf den Healer by den? Frage. Ja, nice, GG. Intense. Wo ist mein Team? Wenn der die ganze Zeit alleine ruft. Nice. Und ähm, ich hab genau an dem Tag wieder gezockt, wo sie das mit Ausat gefixt haben. Genau an dem Abend. Jojojojo. What? Ich hab wieder alle Probleme dabei. Na, will jemand anders mal schießen? Geht's schon voll. Wir haben uns jetzt rein, das gute Stück. Geht nicht? Geht das? Ja, perfekt. Das geht sogar mit der Kanone. Ja, immer drauf da, immer drauf. Tja. Das ist, wenn du Stress auf dem Festival anfängst, ne? Da kloppen alle drauf. Ich guck mal ganz kurz raus in die Welt, wo es die frische Luft gibt. Wie hell es noch ist, ob ich das Fenster öffnen kann. Sonne im Gesicht. Direkt vor der Nase gefügt. PvE ist halt echt spannend, wenn's keine Mutation ist. Kommt da jetzt nicht nochmal ein Sperr geflogen langsam? Kann ich sagen, ey, da kommt doch was geflogen. Hehehe. Bald vier. Ende 2018 hab ich angefangen. Aber ich hab, vor den vier Jahren hab ich zwei überhaupt nicht gestreamt. Also mit überhaupt nicht meine ich gefühlt einmal im Monat. Das war ne Zeit, wo mich kein einziges Spiel, was auf dem Markt war, interessiert hat. Das ist ne ganz schlimme Zeit. Genau, da war ich dead. Und, äh, ja. Das ist ne Hardung. Wie er denn weggetreten hat? Was hier für ein Weltkrieg ist. Wir kämpfen hier an exakt diesem Spot, glaub ich, schon seit 600er Score. Was ist das Problem? Ey, kannst du mal runter gehen? Runter hier. Das ist mein Gebiet. Ich schieb dich ab. Ich schieb dich. Hau ab. Hau ab. Hehehehehe nervous. Hey, okay okay. Okay okay. Ja nervt doch nicht, das fällt ja sogar runter wegen dem Rückstoß. Ich kann ja nicht mehr seine Kanone richtig halten. Er kommt ja wieder an, guck. Jag die, die lowlife sind. Eigentlich müssen wir hier auf diesen Spot drauf pushen, damit wir es übernehmen. Sonst haben die jetzt gleich gewonnen. Oh mein Gott, das funktioniert. Oh mein Gott, das funktioniert. Wenn wir jetzt alle drei halten, für eine Minute, haben wir gewonnen. Fangt ihr ab, fangt ihr ab, einfach abfangen, wir müssen Baron nicht töten, einfach abfangen. Oh mein Gott, wir kriegen Scoreboost. Ah, einfach nur abfangen, genau, 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 no, 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 perfekt. Oh mein Gott, jetzt müssen wir die machen. Jetzt müssen wir die machen. Schnell, schnell, schnell. Alle drauf. Oh mein Gott, das ist so ne Runde. Aber ich glaube, das wird nix. Ok, doch. 9,93 Scorelock. Hahaha. Das ist ne Runde und ich bin fast am schlafen. Oh mein Gott. Wie wir spielen müssen. Wie schlau war das? Flip or kick? Ja. Tatsächlich. Let's go. Wir müssen das haben. Ok. Wir brauchen jetzt richtig abgefuckte Heilung und richtig abgefuckten Damage eigentlich. Hahaha. Wie geil war denn die? 600 Geheilung. Autsch, Spende. Uiuiuiui. Seid ihr wegen mir hier im Stream? Oder seid ihr wegen den Drops hier? Weil, wenn ihr wegen den Drops hier seid, dann schmeiß ich euch jetzt weiter zu einem irgendwo, der Drops anhat. Wenn ihr wegen mir hier seid, mache ich den Stream einfach ausgleich. Hahaha. Ich will euch nichts böses damit. Ich möchte einfach nur wissen, wie ich euch was Gutes tun kann. Hahaha. Hahaha. Warum seid ihr so herzensgut, Mann? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.